Okay, also das ist halt schon was. Reaction, das ist grundsätzlich gut, ne? 188 im ersten. 188 im zweiten. Langsamer im dritten. 188 im vierten, was ist da los? 172. 188 im sechsten, what the fuck? Ey, was geht ab? 188 im sechsten, was ist da los? Hä? Bin ich ein Roboter oder was? Was ist da los? Ich bin beruhigt. Was war das bitte? Ich glaube, sieben oder acht von zehn mal 188? Junge, Reaktionsmaschine. Aber ich glaube, so eine 188, die ich ja fast im Schnitt habe, ein kleines bisschen, so ungefähr, das ist doch für mein Alter gar nicht so schlecht. Also gerade eben war übrigens geil, habe ich jetzt auch gemarkert. Ich habe gerade eben den Reaktionstest hier gemacht, hier, Reaction, den gibt es ja auf der Seite auch. Jetzt mache ich den so ein bisschen halbherzig. Nein. Nein. Das kann doch nicht wahr sein.